Ich verstehe nicht, wieso wir nicht live performen dürfen. Den Zuschauern fällt der Unterschied nicht auf. Uns fällt aber der Unterschied auf. Das ist die BBC und so wird das hier gemacht, ist das klar. Narvt mich bloß nicht. Freddy, das wird großartig. Achte halt drauf, dass niemand direkt auf deine Lippe schaut. Tja, so wie das hier gemacht wird, ist das überhaupt ein Scheißer, alter Knabe. Das ist die BBC. Ich bin erleichtert. Das ist typisch. Naja, perfekte Performance. Nummer zwei, oberhalb der Hüfte. Schrengt nach oben. Kamera zwei. Was wird doch niemand der Besse sehen. Schrengt nach oben.